wir sind zurück auf der federation mit den ferengi ich habe mir zwischen den zwei folgen folgendes angeschaut den empire status ganz offensichtlich mittlerweile mächtiger als ich dachte militärisch in der 32 prozent generation noch stärker als wir ökonomisch sind wir die absoluten wir haben die meisten systeme mit 9 und die meisten meiner races nämlich vier und unsere bevölkerung ist fängt gut die kardosianer scheinen weit weniger mit gerisch als ökonomisch doch die romula eigentlich lächerlich wenigstens keine sorgen mehr machen um das na gut weiter romulans signed an affiliation treaty with the kardassians kardassians signed a friendship treaty with the federation recht wirklich auch dazu und werden und 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 Okay, wir haben ein bisschen Geld. Kaufen wir das auch. Ich schon, ist noch immer in der Auferphase, aber fast nicht mehr. Fast nicht mehr. Dann haben wir alles auf dem maximalen Level. Wir brauchen da echt mehr Zeug, wir müssen da echt schneller werden bei denen. Jetzt wächst es schneller noch. ihr wachst noch ein truppentransporter. wo bauen wir noch was hin? wir könnten natürlich hierher bauen einfach um klar zu machen dass das da unseres ist allerdings auch den gruppenransporter hier rauf setzen und korinth einnehmen das kann ja wohl nicht so schwer sagen ja zwei credits stolen all trading come from current ok mit terraform ja ich möchte jetzt mal mit machen ja wohl hier braucht die verbauen ja was brauchen wir dort eigentlich historical archives sind nicht also die produktion wenn ich ändern und das ist das? ach shit ich weiß nicht ob ich bin Dann machen wir ein Shipbuilding und ein Explorer und dann ein paar Knight Raiders Dann machen wir ein Explorer. So was noch. Knight Ship hat Build Unpowered. Ok, das haben wir jetzt gemacht. Colony Shipbuilding da mal. Ah, sehr gut. Colony Ship Mal noch. Mal noch. Mal noch einmal. Mal noch. Mal noch mal. Ja. oder daneben mal schauen was die tings tanz aber noch fertig 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 auch ein kolonisch schiff finde ich einen oder cinema und nicht mehr wirklich was bauen oder das bahn die show mit davon mehr ist genug für gut so noch ein wenig geld da muss man das ist fertig das ist noch wenig geld ab ja nachdem ich jetzt gesehen ob das offensichtlich ich habe es nicht mehr ich kann mal schauen, ich habe es nicht mehr wir müssen wir müssen Okay, Romulans made a statement. Okay, was for a statement. Your commanders were obviously mistaken in making our colonies. There are no more raids, we will not have to provide you for their mistake. Hmm, chicken, huh, chicken. Okay. We're moving, we're moving away. Mm-hmm. Explore, fleek, unseek. Good night. Let's have one more. Oh, it's gone on a shift. And we'll just mix this. Mm-hmm. So, na dann schauen wir mal die Takahana. Okay. Mm-hmm. Okay. Fangen wir an da nicht. Ah, crossmarketing, meaning guild. Na dann machen wir doch gerade auch researchlabs noch 4. Okay. 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 Das war sonst der Matami fertig. Noch die vor der Holtes vom Holtusen immer das macht einen ziemlich, so das in derzeit zu bauen. Erst das Essen, dann das Vergnügen. Okay. Okay. Was wird Sion sagen? The Klingans have no respect for the diversity of intelligent races. They want the entire galaxy for themselves, but you can stop them. Find ich gut. Denkst, wir werden dann ein Request machen, dass du die Romulare verlässt. Ah, Mist. Wollte ich nicht mehr. Okay, darauf und jetzt das Raumschiff mal beim Bau der Station. Da bauen wir mal einen Outpost sicherheitshalber. Direkt neben Ferien. Was gibt es da noch, irgendwas interessantes? Nö, eigentlich nicht. Das können wir auch mal kaufen. Und nächste Runde. Oh. Oh. Toros Cinema ins E-Lei-Unfairen-Kina, finde ich gut. Was? Ich habe nicht mal die 20 für das. Doch, habe ich eh. So. Na gut. Aufkommen, das brauchen wir natürlich, aber das brauchen wir eigentlich nicht. Und zwar. Ach, wo, ich habe keine Ahnung. Ach, ob ich. Ach, ob ich. Ach, ob ich. So, wo noch ein Sierreich. Uff. Uff. Jou. Oh, dann sind wir noch so. Trade Center und dann brauchen wir noch eine Shipyard und Communications Grid, das kaufen wir das kaufen wir auch wenn geht geht aber nicht noch ein kolonieschiff so wo kommen wir das hier noch okay wir wissen wie wir hinbauen nach cirrus effekt auf iterations das ist meine parkett drei destroyers was hält so in die richtung du wolltest du wolltest anderen leuten kämpft du machst mir terraform ich habe ich schon geschickt ich auch schon geschickt perfekt nix wie ihr das? Ich schaffiere noch. Ich habe noch ein Klingel. Ich schaffiere noch die Auspolzentration. Fertig. Die Tknack. so trade center built in yo okay and if you don't do anything you me ich mache es mal hier mittlerweile glaube ich haben wir den dreh raus combat occurring in Sector Uldia, Ferengi and minor race ships, 5 command, 3 fast attack, 1 non-combat, 1 fast attack, ok, let's fight, dogships get a 3 yaya, einfach geflohen ja da kann ich nichts dagegen tun ah, ich packe jetzt an dort ich finde das sehr nett ich finde das sehr nett ok einmal etwas mehr ok 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 wir haben noch ein paar Night Raiders dann haben wir zwei Strike Cruises auch wenn wir es können ich bin mh 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 Aber immerhin, ihr habt praktisch alles besiedelt jetzt. Was fehlt euch noch? Bitte. Herz, was willst du mehr? Und ihr habt Stilizium, also so gesehen, alles was das macht. Weißt du was, wir schenken euch noch mal Geld. Wer wird? Was? Wir sind gar nicht im Krieg mit den Romulanern, wir sind im Krieg mit den Klingonen. Machen wir zuerst das hier. Das ist natürlich schlecht. Auch mehr Power. Boah. Machen wir auch Dings noch, brauchen wir gleich keins mehr. Das müsste hier locker, locker, wir kriegen noch 120, 6 Leute dazu. dann immer noch das war es dann mehr platz ist oft nicht und dann noch immer das holos in immer bauen hey noch ein explorer ausgezeichnet das geht sogar nicht dann mehr klingonische schiffe so if you want us to break out treaty with the romulans will cost you a lot more than that oh okay und dann mehr gifts wird schon nimmer gehen ok das ist das parkett schiebt wahrscheinlich apropos parkett so was us terraforms john parkett alles auf level 5 das ist net collection facility plus 100 research in the also space cana replicate dann macht man halt die collection facility Ich bin von Sjömoskönnen und dann. Samma nochtas. So, dann. mehr ist genug war das ist ja 50 und 25 prozent 50 prozent 100 prozent energie und 225 prozent das ist zumindest sie haben wir keine energieprobleme in diesem in diesem den in diesem noch alles wir müssen noch handelsrouten noch umsetzen, die haben wir gemacht, nein und die lithium, davon haben wir mehr als genug nicht aber die werden wir noch sagen was du bist auch schon fertig na gut, nachdem jetzt, ach so, genau, das habe ich vergessen ich jetzt ohne alles sein noch auch anders daher und daher ok so, mintaka jetzt ct passt auch nicht ich hoffe es hat euch gefallen bis dann so so so